Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir her. Ja, wie üblich, wenn ein neues Event rauskommt, gibt es dann am Samstag drauf auch die Rangliste. Schauen wir uns mal die ganzen Helden an. Hier auch wieder, ich finde die alle gut, es ist keiner wirklich schlecht. Es gibt ein paar Alternativen, es gibt auch in der zweiten Woche von dem Event, der ja schon geleakt ist, mehr oder weniger, gibt es auch bessere Alternativen noch für manche Positionen, das muss man beachten und dann schauen wir uns die Rangliste an. Los geht's! Auf Platz 5 habe ich den 97er Jack Campbell. Auf die ganzen Synergien und Fähigkeiten geht es nicht mehr ein, da waren wir gestern schon im Hauptvideo, wo wir den Event vorgestellt haben. An sich auch eine gute Karte, wir hatten ja zuletzt so viele gute Goalies, angefangen bei Spencer Knight, und wir hatten dann den Robin Lehner, wir hatten Päcker Rinne, Carey Price. Also ich würde jetzt dann lieber gucken, dass ich so einen kriege. Dann ist dann halt nur ein 94er auch blöd, aber es ist natürlich tausendmal billiger, als den hier zu machen oder zu kaufen, von dem ja der nur für mich auf dem fünften Rang. Auf dem vierten Platz habe ich den 97er Anthony Duclair. Der ist an sich auch ein guter Förderplatz, sei es nicht, dass die Karte schlecht ist. Das ist im Endeffekt 1 zu 1 die Matt Duchesne-Karte. Wenn man so, wenn ihr den nicht habt und so einen Spieler wollt, ist das hier 1 zu 1 die Duchesne-Karte. Das einzige Duclair kann nicht Center spielen. Das ist mit 77 Face-Off-Rating, kommen wir dann irgendwie noch höher damit? Nö, überhaupt nicht. Also 77 Face-Off-Rating, das ist das Einzige von den Fähigkeiten her. Wäre ich hier sogar bei der Urgewalt, beim Nahkampf und auch bei Rädern. Also hier eine gute Karte, aber eben mit 1,80. Ich würde halt nicht so viele Spieler, so viele kleine Spieler im Line-Up unterbringen. Aber wer jetzt keinen Matt Duchesne hat und der ist auch nicht mehr erschwinglich, wenn einer mal im Auktionshaus auftaucht, dann kostet der Unmengen. Da würde ich den hier als Alternative nehmen, die aber eine reine Flügelspielerkarte ist. Auf Platz 3 habe ich den 97er Ray Borg. Da habe ich mich natürlich ein bisschen befangen. Ich habe den mir schon gemacht und das ist der Grund, warum ich damals auch mit Eishockey-Spielen angefangen habe. Von dem her ist er vielleicht bei mir besser gerankt, als ein anderes sehen würde. Ich habe ihn jetzt drei Spiele spielen lassen, also zwei Tore gemacht bisher. Was mir an der Karte gefällt ist, A, dass er ziemlich schnell ist, Schussperfekt, Händeperfekt. Halt nur 1,80 groß und seine 100 Kilo Gewicht mit 98 Bodychecken und mit der Wilde noch an kann. Kann er eigentlich ganz gut einsetzen, hat ein paar Leute schon über den Haufen gefahren, hat auch einen schnellen Antritt. Also für mich auf Platz 3, persönlich allerdings auf Platz 1. Auf Platz 2 habe ich den 97er Keith Yandel. Gleiche Position wie Ray Borg, ein bisschen größer, aber ein bisschen leichter auch. Das einzige, klar, größere Verteidiger sind schon mal 5 cm mehr Reichweite, wenn man den Pokecheck macht. Was mich hier allerdings ein bisschen stört, ist, dass eigentlich keine Fähigkeit dabei ist, die man aktivieren muss, weil Wärmesuche funktioniert wirklich kreiselt beim Stürmer anmachen. Rückwärtsgang, ich meine, der ist eh so flott, ob der dann wirklich noch einen Rückwärtsgang braucht, bezweifle ich hier. Schneller Pick kann man anmachen. Ob das aber dann so die Reichweite erhöht, der ist keine 1,75 groß, das muss auch so langen und präziser passen, wenn ihr die Pässe schlenzt, dann braucht ihr nicht machen. Also rein, eigentlich nur den Vorteil von Borg, dass er eben nochmal einen Tick größer ist und dadurch mehr Reichweite hat. Sonst an sich, gleiche Position auch von den Werten her, die gleiche Karte. Borgs Schuss ist noch ein bisschen besser, das ist auch der Unterschied. Also man könnte ja auch Borg und Yendel tauschen im Ranking her, aber wie gesagt, ich wollte mich da etwas zurückhalten und den nicht auf Platz 2 nehmen, Ray Borg. Platz 1 ist für mich, ganz klar, jetzt auch nach mehrmals durch schon, ist der 7. Jeff Carter. Was mir hier dran gefällt, also auch vom Prinzip her, die Patrick-Leine-Karte, wenn ihr letzte Woche keinen Patrick-Leine gemacht habt, dann haben wir hier Jeff Carter dafür. Auch hier gefällt mir, dass er als Sender und am Flügel spielen kann, weil so sind wir bei 95 Bestellung, 95 Tempo, auch über 1,90 groß, hat fast 100 Kilo. Leine ist gerade noch ein Tick größer, aber auch nochmal ein Tick langsamer. Also wer jetzt nach einer Leine-Karte machen wollte und vielleicht nicht gemacht hat, dann könnte ich hier Jeff Carter empfehlen und mal eben die Flexibilität, dass man sowohl am Sender spielen lassen kann oder auch auf dem Flügel draußen. Also hier für mich die Nummer 1-Karte, ich würde theoretisch davon keinen machen, weil die meisten im Auktion durchaus billiger gehen, wenn überhaupt einer online ist, da haben wir keinen. Ich habe vorhin mal einen Campbell gesehen für 2 Millionen, der ist dann ausgelaufen, es ist bei 1,18, okay, also auch viel zu viel. Aber die Karte hier, wenn wir bedenken, wir wissen, wer nächste Woche geleakt ist, es kommt ein 97-Gertailer-Hall, der wird dann vom Prinzip her so sein, wie die Duclair-Karte, der Taylor-Hall ist noch ein paar Zentimeter größer. Ich denke, man kann mir ja vorstellen, dass der dann auch bei 99 Tempo ist, also das sollte man auch noch hier mit bedenken. Ja, das war die Rangliste der neuen Karten. Also ich finde, alle gut, kann man alle einsetzen, sind alle gut, aber diese astronomischen Kosten, die man über die Sets aufbringen muss, finde ich, es hat nichts mehr mit Spielen zu tun, weil ich glaube, ein Normalspieler, der kein Geld reinpumpt, kann sich das niemals leisten, diese ganzen Collectibles, und ich habe schon gestern gesagt, wir sind gerade erst mal bei der 97er-Karte, das heißt, wir haben noch Team of the Season, wir haben die Zweite, wir haben die Hockey-Idols noch, wo es dann auf 98, irgendwann später 99 hochgeht, was soll das dann kosten? Da kann ich echt was verkaufen hier von meinem ganzen Haus, damit ich die mir dann eine Karte leisten kann. Das ist echt, hat nichts mehr mit schönen Spielen zu tun, aber ganz ehrlich, die meisten 96er-Karten sind auch schon so Endgame, die langen genauso, also ob jetzt der nochmal, keine Ahnung, drei, vier Werte bei Widerstandsfähigkeit oder bei Disziplin mehr hat, macht dann jetzt auch einen Unterschied, also ich würde jetzt hier nicht mehr groß investieren, also kein Geld mehr reinpumpen und hier groß noch versuchen, was zu ziehen, oder ja, das ist so meine Meinung. Ich habe Ray Borg gemacht, bin mit ihm zufrieden, aber jetzt langt es auch mal wieder, denke ich mal. Vielen Dank für das Einschalten, immer dran hängen, Kanal liken, Video liken, Twitch, Discord, Instagram, Twitter, überall, und dann sehen wir uns wieder, gerne die Meinung dazu schreiben, wie ihr das seht. Klar, die Rangliste wird bei dem einen oder anderen sein, man hätte die auch wirklich vertauschen können, weil alle Karten sind gut, sind Endgame-Karten, aber das ist eben meine persönliche Rangliste, in der aber Ray Borg auf Platz 1 wäre. Vielen Dank für das Einschalten, sauber bleiben, ciao! Bis zum nächsten Mal!